Musik Noch einmal wird es am Mittwochmorgen nass. Doch schon um die Mittagszeit sind die Niederschläge in der Region Neckaralp überstanden und etwas später lässt sich dann auch die Sonne wieder blicken. Den Sommer merkt man bei maximalen 20 Grad aber nicht so recht. Nachts bleibt es bewölkt, aber trocken. Am Donnerstag erwartet uns dafür Bilderbuchwetter. Sonne satt, weiße Wölkchen am Himmel und warme 25 Grad. Der Freitag setzt noch etwas Sommerfeeling drauf. Mehr Sonne, weniger Wolken und 28 Grad auf dem Thermometer. Schon am Samstag ist es mit eitel Sonnenschein aber wieder vorbei und der Regen ist zurück. Die Höchstwerte dazu 26 Grad.